Also nach dem Mittagessen haben wir eine Mittagspause und dann machen wir oft was mit dem Treuer. Wir sind mit unserer Zeltgruppe zum Bach gegangen. Also wir sind da zum Wald gelaufen und da war der Bach. Also ich habe mich da schon sehr in der Natur so gefühlt. Ja, wir haben einen Staudamm gebaut und es hat schön gut funktioniert mit dem Staudamm. Ja, das war echt eine Erfrischung einfach an so einem heißen Tag dann im Bach zu baden. Ja, das war echt eine Erfrischung. Ja, das war echt eine Erfrischung.